Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, Epi-Folge, wie man es auch immer nennen mag, von unserem Fierce Thieme Lifting Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid alle super in euren Tag gestartet bisher. Petra, wie geht's dir? Was tut sich bei dir? Ja, danke. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ja, was tut sich bei mir? Ich habe heute Refeed. Oh! Ich habe heute Refeed und morgen auch noch 70 Gramm mehr Cups bekommen. Ja, von daher freue ich mich irgendwie gerade aufs Essen, aber es ist jetzt irgendwie dann doch so sehr unspektakulär geworden. Es ist dann irgendwie so, im Vorhinein war dann immer so, ja, wenn ich Refeed habe, werde ich das essen, werde ich das essen. Und dann sitze ich halt irgendwie da und überlege, okay, wie werde ich jetzt meine Mahlzeiten gestalten? Und ich habe sie genauso gestaltet, wie sonst auch immer. Ich habe jetzt gerade einmal meine warme Mahlzeit ein bisschen verändert und statt Kartoffeln habe ich Nudeln gemacht. Sonst war sie komplett gleich zum Beispiel. Ja, komplett gleich. Das ist aber geil. So in der Preppe mal Nudeln einbauen, das ist schon was Besonderes eigentlich. Ja, aber es war dann halt trotzdem nicht jetzt unbedingt befriedigender als die Kartoffeln irgendwie. Also eigentlich, ich mag meine Kartoffeln gerade aus dem Airfryer so extrem. Das macht der Airfryer, das ist der Airfryer. Ich glaube, jeder hat sich, also so viele Leute haben sich in den letzten Monaten einen Airfryer gekauft irgendwie. Es ist, es hat was, es ist schon geil. Ja, also morgen habe ich ja wieder Refeed. Also ich glaube, es werden wieder die Kartoffeln kommen. Einfach mehr davon. Aber halt mehr. Und schauen wir mal, vielleicht werde ich meinen McFlurry reinhauen. Also schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, ansonsten läuft alles. Die Air läuft quasi. Letzten Tage war das Gewicht wieder ein bisschen stagnierend. Aber ich mache mir eigentlich relativ wenig Gedanken, weil es davor die letzten Wochen eigentlich echt gut runtergegangen ist. Und ich schätze mal, jetzt nach dem Refeed wird es dann auch wieder tendenziell wieder runterputzeln. Form ist gut. Form wird wirklich merklich besser. Von daher bin ich eigentlich auch sehr zufrieden und ich will es mir gar nicht irgendwie so überanalysieren oder sowas. Training läuft gut, kann mich steigern. Kann mich steigern, obwohl ich am Abend jetzt vermehrt trainiere, weil es mir halt nicht anders ausgeht. Und normalerweise trainiere ich nicht abends. Aber es funktioniert. Ich habe mich gut steigern können. Schlaf passt auch. Schritte funktioniert. Also eigentlich ist gerade alles tip top. Sehr smooth. Sehr, sehr smooth. Genau. Also alles sehr. Bin sehr happy mit allem. Natürlich Baustellen. Baustellen sind da. Aber an denen arbeite ich gerne. Und das wird bestimmt besser werden. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ein Update fehlt uns jetzt aber noch. Wie war das erste Kurswochenende? Ah, jawohl. Das war richtig, richtig, richtig cool. Es war richtig cool. War eine coole Gruppe. Jetzt einfach schon voll viel mitnehmen können. Es ist halt überall jetzt so quasi die Einführung, also Biomechanik, Anatomie, Ernährung. Also halt eher alles, eher mehr so basic gehalten. Aber selbst da war jetzt, also es war jetzt nicht so viel Neues dabei, aber es war halt einfach so super interessant, einfach dazuzuhören. Und trotzdem hier und da ein bisschen was anderes mitnehmen können. Ja, ich freue mich, freue mich, freue mich, freue mich, freue mich drauf. Und ich finde es also cool, weil jetzt alle anderen auch diäten müssen. Und jetzt nicht nur ich auf Diät bin. Also das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Sehr, sehr geil. Schön zu hören. Schön zu hören, dass du da schon, also dass du was Positives daraus mitnehmen kannst. Weil es wäre ja, wäre jetzt blöd, wenn du das Gefühl hättest, das ist, weiß nicht, das ist nur Information, die du eh schon kennst. Und dann ist es eigentlich, weiß nicht, hättest du mehr erwartet oder so. Aber das passt gut, wenn das wirklich in Erwartungen übereinstimmt. Das ist ja gut, es ist wirklich eine gute Mischung. Sehr schön. Das ist eine gute Mischung. Und es kommt sicher noch viel, viel mehr, weil das war ja jetzt überall nur so der Einstieg. Sehr cool. Ja. Wie schaut es bei dir aus? Was tut sich? Wie geht es dir? Mir geht es gut. Mir geht es overall eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Kann mich absolut nicht beschweren. Wir haben jetzt eh vor dem Podcast kurz schon ein bisschen gequatscht, was jetzt so meine größte Baustelle derzeit ist. Und das ist eigentlich so das Thema Ernährung ein bisschen. Also das, was ich nie gedacht hätte, dass ich mal sagen würde, ist halt jetzt wirklich so eingetreten, dass ich einfach nicht mehr weiß, wie ich noch essen soll. Also ich habe jetzt das Problem, dass mein Appetit einfach sehr, sehr, sehr niedrig ist und dass es halt ein bisschen ein Problem ist, weil ich erst eineinhalb bis zwei Kilo im Schnitt über Minikat-Gewicht bin. Das heißt, es ist noch nicht an der Zeit, jetzt demnächst mal eine Diät einzuschieben. Und ich sorgle halt gerade ein bisschen einfach meine Kalorien bzw. die Kalorien gehen, weil mit Saft geht es eh immer oder so. Aber mein Gemüse, mein Obst, meine Protein noch reinzukriegen, das ist gerade so ein bisschen die Challenge für mich. Aber gut, es geht eh immer irgendwie und ich vertraue darauf, dass es besser wird. Vielleicht mal eine Lower-Calorie-Phase einbauen, dann geht das schon. Und trainingstechnisch ist auch okay, bin schon ein bisschen Banane, weil ich absolut D-Load-Überfällig bin. Also das Training an sich läuft grundsätzlich okay. Aber ja, also ich merke das halt immer, ich komme aus dem D-Load raus und ich haue immer direkt nach dem D-Load-PRs raus. Dann läuft es zwei, drei Wochen okay. Dann versuche ich es nur noch zu halten. Oder so ein bisschen vielleicht noch ein, zwei Raps hier und da und dann ist es schon wieder vorbei. Also für mich ist immer so nach dem D-Load die Zeit, wo ich am besten performe, wo ich halt die beste Steigerung hinlege und dann geht es irgendwie ein bisschen bergab. Und ich merke es halt, wie es bergab geht. Aber ich kann den D-Load halt jetzt nicht vorziehen, weil ich ja über Ostern jetzt zur Family fahre. Und ja, das ist halt so der Status Quo. Aber es gibt trainingstechnisch auch noch ein anderes Update und das bringt uns jetzt eh schon so ein bisschen in die Richtung über das Thema, das wir heute sprechen werden. Und zwar haben wir jetzt, ja, also ich und der Christ ein bisschen Geld in die Hand genommen und jetzt in einen Full-on-Home-Gym investiert. Das ist halt sehr, sehr geil. Also mit allem drum und dran. Als Erklärung für die, die sich jetzt halt nicht auskennen, weil sie sich denken, okay, es ist jetzt März 2021 und die Melli hat noch kein Home-Gym zu Hause stehen. Was ist da los, ob ich jetzt ein Jahr nicht trainiert habe quasi? Wir haben, oder ich habe eine private Trainingsmöglichkeit zur Verfügung, die aber einfach nicht veröffentlicht werden sollte. beziehungsweise wo es einfach, ja, also ein Anliegen ist, dass niemand weiß, wo ich trainiere. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut, dass das zu Hause ist. Ja, das hat ja auch jeder quasi. Also das ist ja genauso, wo ich meine Möglichkeit habe und das eigentlich nicht wirklich publik mache. Genau. Und so viele andere Leute sich da irgendwie was haben, auf die Beine stellen konnten und das einfach nicht an die große Glocke hängen. Genau. Ja, jeder macht es ja irgendwie. Eben. Und drum, also ich glaube, es ist eh offensichtlich, dass ich jetzt das letzte halbe Jahr nicht zu Hause trainiert habe, weil sonst hätte ich halt mein Training öfter mal gepostet. Natürlich, ich habe es auch sehr genossen, dass ich jetzt mal eine Weile nichts poste und werde das jetzt auch noch eine Weile nicht machen. Aber sobald dann das Home-Gym steht, sobald alles da ist, werde ich da sicher wieder mehr vom Training posten. Aber ja, ich konnte halt einfach privat wo trainieren und das ist natürlich, ja, also das war mir halt dann wichtiger, als zu sagen, okay, ich trainiere da jetzt nicht und trainiere zu Hause, um Trainingsvideos machen zu können oder so. Also von dem her passt es ganz gut. Und ja, jetzt haben wir über unser Büro schon ein bisschen umgestellt, also es hat sich die Kulisse im Hintergrund ein bisschen verändert. Ich sehe es im Hintergrund, ja, es schaut anders aus. Ja, wir haben halt so ein paar Kästen verschoben und so und haben jetzt da so eine, keine Ahnung, ich will es nicht sagen, wahrscheinlich so 15 Quadratmeter oder so Fläche freigemacht, wo das ganze Zeug hinkommt. Und ja, ich freue mich schon sehr drauf, weil wir haben Lieferzeit von zwei bis drei Wochen von den ganzen Sachen ungefähr. Das heißt, so eine Woche nach Ostern ungefähr sollte alles da sein. Und dann werden so ein paar Sessions pro Woche oder vielleicht alle, schauen wir mal, wie viel Spaß das dann macht. Also ich freue mich wirklich schon irrsinnig drauf, da zu Hause trainieren zu können, alleine schon aufgrund des Zeitaufwands, weil es einfach viel effizienter ist. Also es wirkt gut, es wirkt wirklich gut, das dann zu machen. Ja, absolut. Vor allem es ist eine Investition, die sich auch jetzt definitiv noch auszahlt, weil selbst wenn wir jetzt plötzlich Holladrio im Ende April die Gyms wieder aufsperren sollten, ich glaube, früher oder später im November werden sie wieder zusperren. Ja, ich glaube, damit werden wir jetzt wahrscheinlich die nächsten paar Jahre irgendwie damit umgehen müssen, dass halt so Grippewelle im Winter hin, dass wir da einfach wieder alles unterregulieren müssen. Ja, definitiv. Also wenn auch Leute so überlegen, soll ich jetzt überhaupt noch was besorgen, ja, ja, es rentiert sich hundertprozentig. Und nicht nur irgendwas Temporäres, sondern wenn du eine Möglichkeit hast, da echt ein bisschen auch hinein zu investieren, dann würde ich es echt machen. Ja, definitiv. Es macht sich wirklich bezahlt. Also wenn man halt jetzt auch schon mal so ein bisschen logisch weiter überlegt, ist es halt auch so, dass, so wie sie jetzt in Deutschland beispielsweise jetzt manche Gyms halt offen haben, aber nur unter sehr, sehr starken Restriktionen. Und da ist es halt schon so, dass sehr, sehr viele Kundinnen von mir jetzt auch beispielsweise entweder weiter zu Hause trainieren oder die Hälfte der Sessions auch weiter zu Hause machen, weil es sich einfach nicht auszahlt, ins Gym zu gehen. Und ich glaube, dass es bei uns ähnlich sein könnte, ehrlich gesagt. Und selbst, wenn jetzt das Gym wieder aufsperrt, dann im Sommer oder so, also ich gehe auch davon aus, werde ich froh sein, wenn ich da dann zu Hause was habe, wo ich was machen kann. Weil ich halt auch zum Beispiel merke, dass halt gerade, wie es jetzt letzten Sommer beispielsweise war, wenn im Gym so extrem viel los ist, dass ich mich dann halt auch erstens wegen Corona und auch so nicht ganz so wohl fühle. Also für mich ist das immer so ein bisschen super viel Eindrücke, da passiert so viel und ich bin im Training eigentlich immer gern nur für mich und alleine. Und deshalb glaube ich, dass ich, wenn die Gyms aufsperren, tendenziell vielleicht noch mehr zu Hause trainieren werde, als ich es dann im Gym machen werde. Also ja, das ist jetzt mal meine Prediction. Schauen wir mal, wie es dann wirklich wird. Aber damit sind wir eigentlich eh schon mitten im Thema drin, nämlich wir wollen so über das Homegym-Ding ein bisschen quatschen, was man braucht, beziehungsweise generell alles, was uns zum Thema Homegym eigentlich einfällt. Wir können auch so ein bisschen Vor- und Nachteile vielleicht ein bisschen beachten oder ein bisschen betrachten. Das wäre, glaube ich, auch ganz spannend, was wir so selbst für Erfahrungen gemacht haben. Deshalb frage ich jetzt erst mal an dich, Petra, als du in deinen Homegym, das du jetzt zu Hause stehen hast, investiert hast, was waren da so die ersten paar Dinge, wo du gesagt hast, das muss ich zu Hause haben, das ist mir jetzt am allerwichtigsten. Also es war für mich tatsächlich eine Bank, ein Rack, Langhandel, Kurzhantel. Also das war für mich damals zu dem Zeitpunkt eigentlich so ziemlich das Wichtigste, dass ich mir das irgendwie besorge, dass ich halt auf jeden Fall squatten kann, dass ich die Bank im Winkel verstellen kann, damit ich auch verschiedene Ruder- und Rückübungen problemlos machen kann. Und natürlich eben Langhandel und Kurzhantel mit entsprechendem Gewicht, damit ich schwer genug Beugen heben, was auch immer machen kann. Ja, also das war ein bisschen so die Grundvoraussetzung. Das Set, was ich dann gefunden habe, war dann eigentlich eh das, was ich da jetzt im Wohnzimmer stehen habe, wo es dann auch eben dann noch dieser Leg- oder Leg-Extension-Aufsatz drauf war, wo ich mittlerweile sehr, sehr dankbar bin, dass ich das habe. Auch wenn die von der Widerstandskurve alles aber nicht optimal sind, ist es trotzdem geil, einfach Leg-Extensions machen zu können. Ja, es ist mit der Zeit, habe ich mich dann eh immer mehr damit beschäftigt und immer ein bisschen besser das Setup machen können, damit ich halt noch besser, also noch eine größere Range of Motion habe, etc. Dass ich es da einfach dann besser umsetzen kann für mich. Und das ist halt gebraucht, gekauft und das war gar nicht so teuer. Und die Kurzhanteln habe ich dann von einem Freund bekommen. Mittlerweile habe ich sogar zwei Paar Kurzhanteln, weil mein Bruder beim Umzug dann auch noch irgendwo Kurzhanteln gefunden hat. Und dann habe ich so, das sind meine, die gehören jetzt mir. Ja, cool. Ich habe 50.000 0,5 Kilo Scheiben zu Hause. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Habe über das Internet dann noch 20er Scheiben zusätzlich bestellt. Und dann hat eben heuer der Sebastian jetzt im November bei dem Lockdown auch noch einmal zusätzlich das Scheiben bestellt, weil er dann bei mir immer trainiert hat und damit er halt auf jeden Fall Sicherheitshaber noch mal genug Gewicht hat. Und seitdem er jetzt nicht mehr bei mir trainiert hat, hat er die Scheiben trotzdem da gelassen, weil da, wo er trainieren kann, braucht er sie nicht. Also von daher bin ich eigentlich eh sehr gut ausgestattet. Dann die nächste Anschaffung, die ich mir dann gemacht habe, war eine Klimmzugstange. Weil unter anderem natürlich auch für Pull-Ups, dass das sehr von Vorteil ist, aber auch, um Widerstandspender sehr gut montieren zu können. Es ist, natürlich kannst du bei der Tür es recht gut einklemmen mit so einem kleinen Heck, wo du halt hinten dran ein Sackerl mit einem Knoten zahnknotest, dass du eine Türsperre hast. Es geht eh ganz gut, aber trotzdem ist halt mit der Klimmzugstange ein bisschen einfacher. Ja, das war dann eh, also halt für mich war wirklich das Wichtigste, Kurzhantel, Langhantel, eine Möglichkeit zum Squatten und eine Bank, die winkelverstellbar ist. Das war quasi mal das Grundbasic-Ding. Ja, macht definitiv Sinn. Macht definitiv Sinn. Wenn du jetzt deine private Trainingsmöglichkeit, weil du hast ja auch eine Möglichkeit, wo du trainieren kannst, noch nicht zur Verfügung hättest, hättest du dir dann auch noch so etwas Kabelzugartiges besorgt oder hättest du das geskippt? Nein, den hätte ich auf jeden Fall besorgt. Okay. Weil es gibt eh so einen Basic-Kabelzug, den du quasi oben bei der Decke montierst und dann kannst du die Gewichtsscheiben draufhängen und dann kannst du mir das von oben runterziehen. Also da haben auch einige Kundinnen von mir, kann man sogar irgendwie an die Tür, die eine hat es irgendwie bei der Tür montiert oder sowas und die kann auch genauso Chest-Pulldowns machen, schippt einfach die Bank hin und macht das dann mit denen und so. Macht Rezepts, Pullovers, Face-Pulls, Bizeps-Curses. Also von unten ziehen kannst du halt nicht, aber alles, was von oben ziehen kannst, geht eigentlich ziemlich gut. Man soll ein bisschen kreativ bleiben, aber sonst ist alles tip top. Sehr geil. Ich habe da schon Videos auf Instagram gesehen von Leuten, die auch nur so einen Kabelzug von oben haben und die sich halt dann wirklich irgendwie so am Boden verkehrt hingelegt haben, um dann von oben diese Bizeps-Curls runterzumachen. Und dann irgendwie so quasi das Gewicht zwischen den Beinen runterlassen. Irgendwie, keine Ahnung, hat sehr exotisch ausgesehen, aber wie du schon sagst, wenn man kreativ genug ist, dann geht's. Dann geht's wirklich. Da kann man echt einiges machen, ja, absolut. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr cool. Ja, ich würde auch sagen, dass das so die Basics sind. Also gerade Langhandel, Kurzhandel, Rack auf alle Fälle. Also man muss ja dazu sagen, Rack haben sich auch sehr, sehr viele Leute jetzt super irgendwie zusammenstöpseln und bauen können. Also das muss ja auch nichts Professionelles sein. Aber es macht echt einen Riesenunterschied, ob du einen Rack hast oder nicht. Also gerade für Beugen, für alles, wo du halt irgendwo was rausheben willst oder so, ist schon angenehmer, wenn du es dann nicht von unten wegheben musst. Ja, ja, absolut. Also ich finde auch gerade für, ich meine, da muss man sich auch wirklich angestehen, also wir Frauen haben im Home-Team einen mega Vorteil. Ja. Ja, also im Vergleich zu Männern, die genauso forciert trainieren wie wir. Jetzt irgendein Dude aus dem Gym im Disco-Pumper, ja, aber halt wirklich ein Mann, der Powerlifting macht oder Bodybuilding macht, im Vergleich zu dem haben wir halt voll den Vorteil, weil wir einfach nicht so viel Gewicht bewegen wie sie. und da reichen halt wahrscheinlich, wenn du in Summe 100 Kilo hast, wirst du damit schon sehr viel machen können, während halt ein Typ da teilweise schon auf dem Oberkörper und Rücken fast schon ein bisschen eingeschränkt ist. Ja. Also da haben wir definitiv einen Vorteil. Das heißt, wir müssen auch jetzt bei den ganzen Bänken und Racks und sowas, bei den Langhandeln nicht so extrem auf die Qualität schauen. Wobei meiner Handel hält eh überraschenderweise 150 Kilo ziemlich gut aus. Und der Sebastian hat auch gesquattet aus meinem Rack und Bankdrücken und alles. Also da, irgendwie geht es eh anscheinend, ja. Ja. Ich weiß nicht, mit wem ich... Aber eine Sportmöglichkeit ist halt wirklich eine Sportmöglichkeit, die es ist goal wert. Ja. Man muss halt auch dazu sagen, gerade diese, ich weiß jetzt nicht mehr, mit wem ich vor kurzem irgendwann mal über das geredet habe, aber wir haben genau über dieses Thema auch geredet, wie viele solche Squattracks auch aushalten. Und da ist es ja eh so, dass dieses Maximum, das angegeben ist, was das an Gewicht aushält, da geht eh noch... In irgendeinem Call habe ich über das mal gesprochen. Da geht eh noch viel mehr, weil das ist ja sowieso schon quasi einfach nur so ein Sicherheitsding, damit halt wirklich, wirklich, wirklich nichts passieren kann. Aber das Ding hält eh mehr aus, als draufsteht, weil es muss es. Weil sonst könnte es anderen Menschen nicht verkauft werden. Da sind halt Sicherheitszuschläge drauf, Endemie. Und das muss es einfach aushalten. Es ist, glaube ich, oft eher so ein bisschen das Problem, wenn man zum Beispiel jetzt so solche, nicht wirklich einen Half-Rack quasi hat, also nicht so ein Rack, wo halt quasi noch irgendwas dran ist, sondern wenn man wirklich nur zwei solche so Squat-Ständer hat oder so Handelsständer, die sind halt teilweise so wack. Also da sieht man oft Videos, wie die hin und her schaukeln. Und das ist halt schon Respekt an jeden, der halt aus sowas beugt oder mit sowas arbeitet, weil das ist schon lebendig. Ja, du, ein Bekannter von mir, der hat zwar, ich weiß nicht, was das ist, ein Dip-Ständer oder sowas. Das sind halt einfach nur zwei solche Plastik-Dinger, aus denen squattet er. Der geht so extrem, der legt die Handhantel drauf, kriecht drunter, quasi aus einem Deep-Squat steht er dann auf und squattet dann aus dieser Position. Müssen sie auch viele machen zurzeit. Ja, ja, da ist halt, wo ein Wille, da ein Weg, denke ich mir die ganze Zeit. Definitiv. Was halt auch extrem gut funktioniert, das hat eine Kundin von mir, weil die hat eine Bank, diese Billigbänke, wo du halt direkt an der Bank wirklich direkt diese zwei Rack-Ständer hast, die aber super schmal sind auch. Also zum Bankdrücken müsstest du eigentlich quasi außerhalb von diesen Rack-Dingern fast greifen oder eigentlich genau dort greifen, wo die sind, je nachdem, wie groß du halt bist. Und sie kann aus denen nicht squatten, weil die Bank kannst du da nicht irgendwie weggeben, sondern die ist da einfach immer im Weg. Und dann hatte sich diese Tapezierer-Ständer oder so. Ah, solche Böcke, so diese Holz- oder Dingböcke, oder was meinst du jetzt? Ja, ja, wo du halt dann einfach auch, weiß nicht, solche langen Holzdinger draufgeben kannst zum Pinseln, also überhaupt beim Baumarkt kriegst du oder sowas. Ja, genau. Und die hat sich die gekauft für Squatten und das geht, es funktioniert. Ja, definitiv. Das wäre auch so ein Hack, den ich als nächstes jetzt erzählt hätte, weil das haben auch zwei Kundinnen von mir jetzt gemacht, dass sich die halt diese Böcke aus dem Baumarkt einfach, die kosten halt nichts, also die sind mega billig, die kosten gar nichts und die halten aber schon was aus, die sind schon sehr stabil. Und das macht halt schon auch was aus, alleine für das Feeling, das man halt hat. Also wenn man halt wirklich, egal ob man jetzt ein Rack zum Rausheben zur Verfügung hat oder nicht, aber einfach, wenn man es quasi als Safety-Pins verwendet, weil gerade im Home-Drym, finde ich, ist immer so ein bisschen diese Angst da, und das weiß ich auch aus dem ersten Lockdown noch, wo ich mit Kurzhanteln nur trainiert habe, ist immer so ein bisschen diese Angst da, was wenn mir was runterfällt, wenn ich den Boden kaputt mache, was wenn ich jetzt feile. Also es ist halt immer so dieses, ich will jetzt eigentlich nicht meine Wohnung zerstören, nur weil ich jetzt zu Hause trainiere. Und da macht das für den Kopf extrem viel aus, finde ich, dann solche Sicherheitsablagen zum Beispiel zu haben. Und das haben aber die meisten Racks, die man jetzt zu Hause stehen hat, nicht unbedingt. Da sind solche Böcke schon Gold wert. Also das würde ich auch jedem empfehlen, sich sowas zuzulegen, weil die kosten halt wirklich nichts. Da gibt es zum Beispiel auch als Unterlage diese Waschmaschinen-Unterlagen, kriegst du auch im Baumarkt. Die sind auch so circa, eigentlich eh fast so ähnlich wie diese Matten, die du halt im Gym ja auch hinlegen kannst. Die sind so circa einen Zentimeter dick und kannst du super easy eigentlich den Boden auslegen damit. Die sind auch gar nicht so teuer. Also da auch eine sehr gute Möglichkeit, sich da den Boden etwas schützend zu machen. Ich habe nur so eine ganz dünne Matte. Die schützt halt gerade mal vor Kratzspuren oder sowas. Aber wenn mir mal eine Haken runterfällt, dann habe ich trotzdem ein Loch im Boden. Okay. Das habe ich schon. Ups. Wahrscheinlich in den Sessions, wo dich alles mal anpissen, du einfach einen Langhantel mal fallen lässt oder so. Nein, nein, das mache ich nicht. Also mit dem Gewicht herum. Ich habe nur die Faszienrolle letztens herumgeschmissen. Aber Handeln, Scheiben tue ich nicht eigentlich schmaßen. Nur dem Sebastian ist einmal passiert, dass diese Schraube zum Sichern von den Scheiben auf der Kurzhantel, ich glaube, er hat da Fleiß gemacht oder seithin irgendwie sowas. Und das ist halt dann mit der Zeit immer locker geworden. Und bei einer Wiederholung ist dann runter, ist halt die Sicherung runtergerutscht. Und dann sind halt die Schaben auch runtergefallen. Da hat man dann halt einen Cut in den Boden. Es hat ihm so leid getan. Und ich habe mir gedacht so, ja. Es ist ein Holzboden. Ja, definitiv. Ja, mein Gott. Es ist ein Holz. Es ist ein Boden. Nein. Weißt du, das ist... Ich denke nur an diesen Moment, wenn da das im Training passiert. Also wenn mir das halt im Training selbst so passieren wird, dann würde mich ja... Es würde mich massiv anpissen, wenn ich mir denke, erstens mal Satz ruiniert und zweitens Boden ruiniert. Also das wäre im ersten Moment so ein Fuck-Moment. Aber gut. Ja. Also das erste Mal, als ich das erste Mal mir die Stange gegen die Wand kaut habe, war ich auch etwas, etwas wütend. Aber ja. Also gerade bei der Wand, da tust du... Ich muss sie sowieso streichen, wenn ich dann ausziehe. Ja, voll. Bei der Wand denke ich mir auch weniger, weil da kannst du halt dann nur... Kannst du ein bisschen was rein... Ja, solange halt nicht wirklich so ein fettes Loch ist oder sowas, das halt wirklich schier ist. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, ich werde es dann einfach so machen, wenn wir Löcher in die Wand ballern beim Training. Also es sollte jetzt eh nicht unbedingt passieren, aber wenn es passiert, dass man einfach ein Poster drüber hängt oder so. Weil ich habe sowieso vor, da jede Menge Poster und sowas reinzuhängen, also Arnie und so. Und... Rachel McLeish. Bitte? Rachel McLeish. Ja. Zum Beispiel. Oder Juliette Bergmann. Oh ja. Juliette wäre schon gut. Ja, also das ist auch übrigens Home Gym Essential. Man muss sich irgendwo was Motivierendes meiner Meinung nach hinhängen. Also muss man nicht, aber ich finde, es macht schon einen Unterschied, weil ich weiß nicht an die Julie, die Bundesbizepsministerin auf Instagram, die kennen sicher viele von uns, Powerlifterin, die haben sich halt da echt in ihrem Kellerabteil überall so Poster und sowas dann auch hingeklebt. Und ich finde das schon geil, weil das macht halt so ein bisschen Gym Flair. Schon gut. Ja, ja. Also im Wohnzimmer ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Also ich habe im Wohnzimmer, nein, weil mein Wohnzimmer ist mein Wohnzimmer. Also das soll, da hat dann eher auch, ich weiß nicht, mir reicht das voll. Ich kann mich hier echt gut motivieren und haben, in der, jetzt muss ich, ich rede ständig über Sebastian, aber in der Weihnachtszeit, ich habe ja meinen Christbaum dann stehen gehabt und der hat dann durchgehend geleuchtet auch und ich hatte auf meinem Sofa so ein Weihnachtspolster liegen und er hat dann wirklich zum Beispiel, ich meine Christbaum konnte nicht wegschieben, aber er hat jedes Mal den Polster umgedreht und ins Eck gelegt, damit er sich nicht anschauen muss, wie an einem Training. Kann ich aber irgendwie verstehen. Ich glaube, ich würde das auch machen. Also mein Christbaum geht jetzt natürlich nicht und das, also Christbaum ist halt schon geil so, aber ich weiß auch nicht, ob ich so andere Deko im Training, ob ich da so einen Spaß hätte dran, also ob ich da so eine Freude hätte damit, I don't know, aber gut, wir werden sehen. Ja, ist ja, aber was, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand wirklich da keine Möglichkeit hat, irgendwie in einem Bank ein Rack oder entweder Bank oder nur ein Rack oder was, was ist so ziemlich das, das absolut Mindeste, was man, mit dem man aber schon gut arbeiten kann? Also, wenn es jetzt wirklich das Minimimimimum ist, würde ich definitiv in verstellbare Kurzhandeln tatsächlich eher noch anfangs zumindest investieren. Wenn ein bisschen mehr Geld da ist, Kurzhandel und Langhandel, weil dann hast du schon mehr Möglichkeiten. Aber bevor man in den Langhandel investiert, finde ich, wären sogar Kurzhandeln noch sinnvoller, weil es einfach noch viel mehr Möglichkeiten hast. Weil du kannst halt Singlearm arbeiten, du kannst halt dann auf eine, also das ist halt das, wo wir Frauen natürlich wieder so ein bisschen einen Vorteil haben, weil du kannst halt wirklich zum Beispiel auf eine so viel draufladen, dass du halt sogar noch Kurzhantel rudern oder sowas machen kannst damit. Wenn du wirklich mit Tempo arbeitest und solchen Geschichten, das geht noch. Was halt schwierig ist, wenn du dann einen Langhantel kaufst, brauchst du schon wieder dementsprechend Gewicht und du kannst aber mit einer Langhantel jetzt nicht seitheben machen, du kannst nichts einarmig machen, du kannst nicht irgendwie Curls, also du kannst schon Curls machen, aber also Langhantel Curls ist ja, also ich will jetzt natürlich niemandem einen Nocebo einreden, keinesfalls, aber gerade Langhantel Curls sind halt schon sowas, wo sehr viele Leute dann schnell mal irgendwo Ellbogenschmerzen oder sowas kriegen. Wie gesagt, ich will das keinem was einreden, wenn sie funktionieren, mega geil, mach sie weiter. Für mich funktioniert sie zum Beispiel halt auch nicht und würde da tendenziell sagen, also Curzhanteln sind mal das allererste. Das nächste, kommt darauf an, wie groß das Budget ist, wäre dann schon entweder eine Langhantel, wenn das Budget größer ist, ansonsten halt einfach Bänder mal, weil das ist natürlich, was das pisst dann schon an, wenn man damit arbeiten muss, so per se, aber man kann halt schon wirklich viel machen damit. Also gerade aus den ganzen Zugehübungen, und so betreten. Genau, Rücken ist, Band schon. Ja, definitiv. Macht schon viel aus, ja. Also ich würde auch sagen, also Basics auf jeden Fall, Kurzhanteln und Bänder. Ja. Und ich würde vielleicht sogar echt fast sagen, bevor ich meine Langhantel besorge, eine Bank. Einfach nur eine freistehende Bank, die du den Mittel verändern kannst. Weil du kannst dann einfach beim Drücken, beim Rudern, du hast dann einfach nochmal ein paar andere Möglichkeiten, wie du in die Bank einsetzen kannst, als jetzt einfach, wenn du jetzt nur eine Langhantel hast, zum Beispiel. Also da, ich meine, du kannst ja schon gut helfen mit Floorpresses, Schulterdrücken, kriegst auch noch hin, wirst irgendwie gedüftelt, dein Stuhl an die Wand und dazwischen eine Faszienrolle, zum Beispiel, damit du ein bisschen Abstand zur Wand hast. Und also es gibt schon genug Möglichkeiten, wie du tricksen kannst. Es ist mit der Bank einfach etwas bequemer und stabiler auch. Ja. Stimmt. Da stimme ich dir voll zu. Und das habe ich jetzt irgendwie gar nicht gedacht, dass eine Bank auch Sinn machen wird. Aber definitiv. Also gerade, wenn man dann, also sagen wir mal so, für einzelne Sessions geht es ohne Bank immer irgendwie. Aber gerade, wenn es dann halt dann darum geht, dass du dich auch steigern willst und so weiter. Gerade bei Schulterpresse oder also wirklich jetzt ein Dumbbellshoulderpress oder sowas, da pisst dich halt einfach irgendwann an, wenn du dich so gegen eine Wand oder gegen die Couch oder irgendwas lehnen musst. Also das ist halt irgendwann mühsam. Beziehungsweise ist es gerade bei solchen Übungen halt auch blöd, wenn jetzt wirklich Stabilität zum limitierenden Faktor wird. Weil das ist halt leider der Fall, wenn du halt so eine Dumbbell-OHP machst und wirklich frei sitzt, dann ist es die Stabilität, die irgendwann aufgibt und nicht die Schulter selbst. Und das ist halt dann langfristig auch blöd, weil du dich halt irgendwann dann nicht mehr so gut steigern kannst. Und da macht es halt schon Sinn, dann irgendwo einen Chess-Support, perfekt, einen Back-Support einfach zu haben. Also ja, stimmt, würde ich da auch zustimmen. Aber eine verstellbare. Also wenn, dann eine verstellbare. Eine verstellbare, eine verstellbare Bank, absolut. Ja, ja. Was ich nicht verstehe ist, dass bei urvielen so diesen Bank, wie nennt man das jetzt? Also das, was ich auch habe, also wo du halt Funktions... So eine Multifunktionsbank. Ja, genau, irgendwie sowas. Warum da ein Aufsatz für Preacher Curse immer dabei ist? Bestimmt. Es ist immer, immer dieser Aufsatz für Preacher Curse dabei. Und dann hängt man so, wirklich jetzt? Das ist, spart doch die Materialkosten und mach irgendwie was anderes dazu. Aber das habe ich eigentlich verstanden. Oder es gibt auch manche Bänke, eher auch so ähnlich wie meine, da gibt es dann noch eine Fly-Funktion. Stimmt, ja. Aber das sind meistens welche, die generell schon einen Kabelzug dann auch dabei haben, oder? Nein, nein. Ich habe wirklich jetzt ein paar Kunden, die, ich meine, ich verwende es nicht, weil das, ja. Aber da ist dann eine Fly-Funktion dabei. Also wirklich Hebel, also Maschine. Ganz, ganz, ganz schräg. Also wirklich, das verstehe ich. Das fällt dann wieder unter dem Petto, da haben Leute Dinge entwickelt, die selber nicht trainieren. Ja. Die findest du so, warum freue ich eine Fliegende? Aber okay, ja. Ich habe jetzt gedacht, du meinst solche, so eine Multifunktionsbank, weil es gibt es ja auch oft, dass in der Bank quasi dann hinten... Ein Kabelzug drin ist. Ja, voll. Ja, voll. Mit dem Latzug und sowas. Voll, voll, voll. Da habe ich sogar eine Kundin, die hat zu Hause so ein Multifunktionsgerät stehen. Da ist sogar eine Chest-Supported-Row mit weitem Griff mit dabei, was halt mega geil ist. Also das ist wirklich... Wow, Chest-Supported sogar? Ja, eine Chest-Supported-Row ist da drin. Richtig cool. Also die kann halt wirklich einen Latzug machen an der Maschine, kann eine Chest-Supported-Row machen, dann sich weiter wegsetzen und einen normalen Roll quasi machen mit verschiedenen Griffen und so. Das ist schon echt geil. Also da kann man wirklich schon viel machen. Natürlich ist es halt jetzt oft so, dass diese auch so, ich sage jetzt mal, nicht ganz so hochwertige Kabelzüge, die man sich halt kauft oder auch eben solche Geräte jetzt von der Übersetzung nicht ganz so geil sind, weil die laufen halt jetzt nicht so smooth, wie wenn du jetzt eine, keine Ahnung, 1 zu 2 oder 1 zu 4 Übersetzung oder sowas im Gym hast. Also wenn das jetzt 1 zu 1 übersetzt ist, das heißt, du hängst 20 Kilo drauf und ziehst halt wirklich 20 Kilo, ist es halt ein bisschen unsmooth auf. Das fühlt sich halt schon angenehmer an, wenn da ein bisschen mehr Umlenkrollen dazwischen sind. Aber für zu Hause zum Trainieren tut es auf alle Fälle und es ist so besser und so viel angenehmer mit einem Kabel zu ziehen als mit einem Band zu ziehen. Mit einem Band. Also es geht, es funktioniert und wir sehen es ja auch bei unseren Kundinnen und Kunden, es funktioniert ja. Aber es ist halt einfach der Spaßfaktor und auch der Steigerungsfaktor, das was halt dann irgendwo, irgendwann mal dann liegt. Ja, weil es ist einfach mit dem Band irgendwann, weil wenn du dann wirklich steigerst und dann immer schwere Bänder nehmen musst, es ist dann irgendwann, wird einfach die Relation von Nichtzug auf vollen Zug so unverhältnismäßig groß. Ja. Das ist dann halt irgendwann immer ein frustrierend. Also da muss man sich dann eh überlegen, wie man die Widerstandskurve eventuell ein bisschen anpassen kann, damit das dann nicht so ein extremer Unterschied ist. Weil da, wo du ja dann eigentlich am schwächsten bist, gerade bei Zugübungen im Rücken, wo du hinten raus schwächer wirst, wird dann der Zug so massiv viel stärker und das ist dann halt auf Dauer auch echt stark. Definitiv. Und es ist auch zum Greifen irgendwann, dann einmal richtig Arsch. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man hat jetzt nicht solche Bänder, wo wirklich ein Griff, ein D-Händler oder so dabei ist, dann muss man halt wirklich ständig dieses Band so halten und das wird halt irgendwann auch super zu ach, weil es schneidet halt ein oder es ist halt irgendwie, es ist halt einfach keine Dauerlösung. Das ist halt einfach das Ding. Es ist keine Dauerlösung und wie du schon sagst, es ist halt Widerstandsprofil eine Katastrophe. Ja. Was mich noch interessieren wird, Melli, wie, wenn man jetzt quasi so eine Multifunktionsbank, sagt man jetzt mal, irgendwie sucht im Internet. Wie kann man herausfinden, ob das eine gute Qualität ist oder nicht? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, weil das Ding ist, es ist so jetzt nicht nur, wenn man sich, also bei gebrauchten Sachen ist es sowieso immer schwierig. Das ist einmal das Erste, weil da hast du halt auch keine Produktbeschreibung dabei. Es ist auch schon schwierig, wenn man sich neue Dinge kauft, finde ich. Also wie wir jetzt ein bisschen geschaut haben, mit dem Home Gym und so weiter. Wir haben uns jetzt ganz bewusst dazu entschieden, halt wirklich auch gute Marken zu nehmen, wo wir uns darauf verlassen konnten, dass das passt. Also bei den Plates haben wir jetzt wirklich Rogue Bumper Plates gekauft, weil man halt wissen, es passt. Also natürlich, weil sonst auch die Helm, also von den billigeren Dingen unter Anführungszeichen auch das meiste einfach ausverkauft war, muss man auch dazu sagen. Aber natürlich, wenn es jetzt mit einer Marke geht, die so ein bisschen bekannter ist, kann man sich meistens darauf verlassen, dass die Qualität jetzt auch ein bisschen besser ist. Ansonsten, also wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass wir jetzt zum Beispiel so eine Multifunktionsbank haben, wie du es jetzt hast, also mit Leg Extension, Leg Curl, Preacher Curl aus irgendeinem Grund, ist es glaube ich echt schwierig da zu sagen, ist das jetzt was Gutes oder nicht, weil ich glaube, so ein guter Indikator ist einfach, dass je mehr drauf ist und je mehr du irgendwie machen kannst damit, umso schlechter sind die Dinge selbst, die du wahrscheinlich damit machen kannst. Also das ist halt vielleicht so ein Ding, was man ein bisschen beachten kann. Also wenn du jetzt wirklich mit diesem Ding, weiß nicht, Leg Extension, Leg Curl, Preacher Curls, Flies, 17 verschiedene Stufen und weiß nicht was hast, dann ist es ein bisschen Wack. Das sind dann auch Funktionen, wo du denkst, die brauchst du nicht. Manchmal sind da halt wirklich Dinge dabei, wie dieser Fleisch zum Beispiel oder Pitcher Curl und dann so don't need that. Ich finde, der Vorteil ist bei gebrauchten Sachen, fahr hin, setz dich drauf, schau es dir an. Vor allem wirklich, setz dich drauf und schau einfach mal, wie stabil fühlt es sich an, mach ein paar Bewegungen, red auch mit der Person, hat die Person wirklich drauf trainiert oder war das ein Wäscheständer? Ah ja, stimmt das. Das ist ja wirklich so, ja. Also da halt wirklich, das ist dann auch, weil ich habe dann auch ein paar Kunden von mir haben natürlich mich dann gefragt, und so, hey, ich habe das Angebot gefunden, das Angebot gefunden, was sagst du dazu? Und da habe ich auch immer gesagt, so, setz dich hin, schau, wie stabil die Bank ist. Also meine Bank zum Beispiel ist überhaupt nicht stabil. Also der Sitz ist mit Geberstreifen draufgeklebt, weil die Schrauben durchdrehen. Also das Schraubengewinde ist im Arsch. Ich kann das überhaupt nicht irgendwie festmachen. Ich könnte es wahrscheinlich mal mit Sekundenkleber irgendwie noch reinkleben oder sowas, aber ich habe es halt im November damals sehr professorisch mit Klebeband draufgeklebt und es hält noch immer. Aber es ist halt, ich muss, weiß, wie ich mich draufsetzen muss, damit es halt nicht drunter fällt oder kaputt geht. Aber es ist halt auch, also nicht jede Übung kann ich jetzt auf meiner Bank machen. Easy cheesy. Also es geht einfach nicht alles. Beziehungsweise geht es für mich mit weniger Gewicht, wie niemanden, der da mehr Gewicht verwenden würde, wäre es dann wieder fast schon etwas kritisch. Aber da halt wirklich draufsetzen und ein paar Bewegungen machen und schauen, ob du das Rack umstellen kannst, wie klemmt irgendwo, was, wie stabil ist es und einfach mal austesten. Ja, definitiv. Was ich da auch, finde ich, ganz wichtig finde, gerade wenn es jetzt um das geht, wenn man es schon probieren kann, würde ich es auch wirklich probieren mit ein bisschen Gewicht drauf. Weil wenn es sich ohne Gewicht gut anfühlt, sagt das noch lange nichts über das aus, wie dieses Ding funktioniert, wie es sich mit Gewicht dann anfühlt. gut, weil du wirst keine Widerstandskurve erkennen können oder du wirst nicht spüren können, wo es jetzt schwerer wird, sagen wir mal so, wenn du kein Gewicht drauf hast. Weil das ist ja auch, also das ist auch zum Beispiel, was ich im Gym zu den Leuten sage, also nicht nur in unserem Gym, im Dust Gym, sondern auch jetzt wirklich zu Kunden, wenn du eine Maschine probieren willst, dann mach einen Satz all out, balls to the wall, weil dann weißt du erst, ob es eine gute Maschine ist. nicht, wenn du einen Satz leicht zum Aufwärmen machst, weil wenn du mehr Gewicht verwendest, fühlt sich das komplett anders an. Und wenn du herausfinden willst, ob es gut ist, lad ein bisschen mehr Gewicht drauf, du musst jetzt, also es geht jetzt nicht um das, dass du bei jemandem Fremden in der Wohnung ein komplettes Training durchziehst oder so, um Gottes Willen, aber zumindest ein bisschen Gewicht aufladen und dann halt wirklich mal schauen, okay, wie bewegt sich das und wie smooth läuft das. Natürlich, wenn man jetzt sich extrem auskennt, dann... Genau, vor allem, wenn ein Kabelzug dabei ist. Vor allem, wenn ein Kabelzug dabei ist, weil du wirst dich grün und dämlich, grün und blau ärgern, dumm und dämlich, grün und blau, dumm und dämlich ärgern, wenn der Kabelzug dann irgendwann immer zwischendurch hakt. Ja, definitiv. Also das, da drehst du durch, also das ist auch... Meine andere private Möglichkeit, wo ich hier ein Kabelzug habe, da ist quasi von unten von den Händeln dieser Metallplatten, kennst du ja auch im Dust Gym, das wurde ja dann auch ständig irgendwie draufgeklebt mit Tucktape und sonst irgendwas. Die lösen sich und dann rutscht das immer am Band runter und wenn das aber dann zur Rolle runterrutscht, dann klemmt das unten und ich weiß nicht, wie oft das schon bei den Bizeps-Kreis ausge... Ich hasse eh Bizeps-Kreis, und wie oft ich da schon ausgezuckt bin, weil dieses blöde, diese blöde Klappe dann auch noch runterrutscht und dann erst recht wieder hakt. Ah, super C. Ja, das ist verständlich und das ist halt was, das sind Dinge, die fallen einem halt auch einfach auf, weil das ist das, was ich jetzt noch sagen wollte, das ist halt, wie optimal die Widerstandskurve von diesem Gerät ist, wirst du wahrscheinlich, wenn du das jetzt einmal testest, du dich nicht unheimlich gut auskennst, mit sowas sowieso nicht erkennen. Du wirst halt jetzt nicht kennen, okay, ist das jetzt eine optimale Widerstandskurve, um meine Quads zu trainieren, aber das optimal wird es im Home Gym sowieso nicht sein, aber du merkst, läuft es smooth, geht es, also läuft es überhaupt, komme ich überhaupt in eine volle Streckung rein und solche Dinge halt. Also einfach, dass man das sich ein bisschen austestet oder fühlt es sich komplett unsmooth an, weil es ist ja auch oft so, wenn zum Beispiel so ein Leg Curl drauf ist, ich habe super viele Kundinnen, die zwar ein Leg Curl drauf haben, aber den nicht verwenden können, weil der einfach quasi sich so blöd mitdreht, dass der auf allen Seiten irgendwie ins Bein reindrückt, weil er irgendwie so blöd konzipiert ist, dass man ihn einfach nicht verwenden kann und das ist halt sowas, das kann man halt austesten und dann merkt man sofort, okay, nein, ich weiß, wie sich ein Leg Curl im Gym anfühlt, so sollte sich das nicht anfühlen und das kann man halt testen und das würde sich halt schon definitiv bezahlt machen, das auch zu tun. Ich meine, das Coole ist halt, wenn man zum Beispiel sagt, man hat halt wirklich einen Kabelzug oder man kauft sich einen Kabelzug, man kann halt wirklich auch einen Leg Curl oder eine Leg Extension oder so, kannst du halt theoretisch auch alles im Kabelzug machen. Also wenn du dir jetzt wirklich Kaffs dazu kaufst und die halt um deine, also so Bandagen und die um deine Fußgelenke schnallst, kannst du halt mega geil auch die Leg Extension und Leg Curl machen. Also da würde ich vielleicht sogar, wenn ich die Mittel habe, eher auf den Kabelzug zurückgreifen, bevor ich mir jetzt irgendwie so Multifunktionsdingen kaufe, wenn die Mittel da sind, wie gesagt. Das ist jetzt vollkommen verständlich, wenn es nicht ist. Wir haben es jetzt aber auch so gemacht. Also wir haben uns einfach eine stinknormale, verstellbare Bank gekauft, Rack haben wir eh schon und wir haben uns eine V-Station gekauft. Also so einen doppelten Kabelzug, den wir einfach ins Eck reinstellen und wo wir halt wirklich alles dann machen können damit, weil es sich auszahlt, weil man halt wirklich dann eine komplette Session dort machen kann. Es ist natürlich vom Setup jetzt genauso umständlich wahrscheinlich, wie wenn man es jetzt auf diesem Ding, also wie du schon sagst, auf deiner Bank jetzt machst, wo du halt auch schauen musst, wie das jetzt mit dem Setup am besten funktioniert. Aber es ist machbar. Also das ist schon... Nein, ich finde auch, also eine V-Station ist richtig, richtig geil. Also eine Kundin von mir hat auch eine und es ist, du kannst alles drauf machen. Ja, definitiv. Also auch für alle, die jetzt keine V-Station in ihrem Gym haben, nur noch zu erklären, es ist einfach quasi ein Kabelzug, ein einseitiger, aber eng, genau. Und der schaut halt einfach... Also da ist dann meistens die Gewichtssexte ein bisschen aufgestellt wie so ein V und deshalb V-Station. Das ist das Einzige, also nur für die, die es jetzt vielleicht nicht wissen, weil es hat... Also mein Gym hatte keine V-Station damals drum. Ich bin... Als ich ins Gym gekommen bin und alle von der V-Station gesprochen haben, war ich erst mal so, was? Was ist eine V-Station? Also, ja. Ja. Nein, leider, die meisten Ketten haben das leider nicht, weil... Boah, es ist so sad. An der V-Station kann man so viel machen. Also vom Seitheben über Fleiß und Trizeps und alles. Ist mega geil. Mega geil. Ja. Aber gut, also ja, V-Station kann man auch empfehlen, aber V-Station, also der richtige V-Station im Homeschirm hat halt schon ihren Preis. Also das kostet halt dann schon mehr, als wenn du da jetzt einfach ein Kabelzug kaufst. Das muss man halt auch dazu sagen. Ist halt... Das ist halt dann ein nice to have, sagen wir mal so. Kein must have. Voll. Hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, das wäre so ein... Das hat da irgendwie das Home-Trim-Leben erleichtert oder irgendwas, wo du sagst, das wäre vielleicht noch gut, in das zu investieren oder so? Fällt da da noch irgendwas ein? Nein, also es ist halt natürlich die... Wenn man sich halt Gewichtsscheiben besorgt, noch zusätzliche, bitte, 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 miss zuerst den Umfang aus von den Löchern und dann bestell dir erst die Scheiben. Ja. Und schau halt, dass du dir Scheiben bestellst, die halt nicht so utopisch, mega breit sind. Also Kunden von mir haben fünf Kilo Scheiben, die sind, glaube ich, fast zehn Zentimeter breit. Ja, zehn Zentimeter ist übertrieben, aber sie sind sicher so fünf Zentimeter oder sowas dick. Und das nimmt dir so viel Platz weg auf deinen Handling. Das ist ja irgendwas, ja. Also Gewichtsscheiben müssen nicht schön sein, sie müssen nicht super ergonomisch sein, sondern sie müssen einfach nur schwer sein und auf deine Langhandling draufpassen und nicht so viel Platz wegnehmen. Ja, definitiv. Voll. Was auch, finde ich, noch ganz wichtig ist, wenn man schon sagt, man investiert jetzt in Scheiben, ist, dass man auch wirklich nicht nur groß denkt, also nicht nur, okay, ich brauche jetzt Zwanziger und Zehner, sondern wirklich kauf dir auch einen, also 1,25er und zweieinhalber Scheiben, weil das Ding ist, du kannst dich halt sonst nicht steigern. Also gerade, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, du hast eine Barbell OHP, eine Benchpress, es ist halt, also du kannst dich halt nicht mit Fünfer Scheiben steigern. Also never, zumindest nicht langfristig, das geht ein-, zweimal, aber dann ist es vorbei und das ist halt auch so was, wo ich es jetzt auch mitbekommen habe, dass es viele Leute ein bisschen so übersehen haben, so okay, ich brauche jetzt nicht nur die schweren Scheiben, um viel Gewicht zu bewegen, sondern ich muss mich auch irgendwie steigern können. Also das auch definitiv beachtendes Coole ist. Es ist zwar sehr, sehr, sehr viel natürlich ausverkauft, also es ist nicht so, dass man so easy noch so Gym Equipment findet, aber wenn man ein bisschen sucht, man findet wirklich immer noch irgendwo was, also es gibt wirklich, es gibt auch noch ATX Scheiben, also ATX 1,25er Scheiben, wirklich gute und eine Scheibe kostet, glaube ich, fünf oder sechs Euro oder so, also wirklich nicht so viel. Das geht, es ist noch was da, man muss sich halt ein bisschen beschäftigen damit, ein bisschen Bild schauen. Und halt regelmäßig schauen, also da, weil du, ganz plötzlich ist dann wieder was da und dann halt wirklich schnell zugreifen und dann muss man halt schnell sein. Aber wenn du halt wirklich regelmäßig schaust und immer wieder schaust, wie da, wie da der aktuelle Stand ist, auf genau, also sowohl auf Amazon als auch auf willhaben.at, wenn man jetzt quasi aus Österreicher ist, weil irgendwas kommt immer plötzlich und dann, und dann zuschlagen. Ja, definitiv. Oder dann hat plötzlich der Hofer wieder zum Beispiel Zeugs, ja, also da, das war ja auch Anfang Februar eigentlich eine ziemlich coole Sache, dass die da dann ein ganzes Rack quasi hast du da kaufen können und da ist mich auch ein Kabelzug dabei gewesen und der Kundin von mir hat das erwischt und das ist schon recht gut das Zeug eigentlich, ja, ist auch relativ stabil. Ja, sehr geil. Und das Verslastungsverhältnis. Ja, das ist halt wirklich, was du hast jetzt eh schon gesagt, da muss man halt dann wirklich schnell sein und wirklich nicht ewig rum überlegen, kaufe ich das jetzt, kaufe ich das nicht, zahlt sich das aus, weil solange wie du da überlegst, ist es schon wieder weg. Also, es macht sich bezahlt, es ist wirklich sinnvoll, auch jetzt noch zu investieren. Deshalb nehmen wir ja auch diese Episode jetzt noch auf, weil es macht Sinn und ich finde, man bereut es nur, wenn man es nicht macht. Na voll, und wenn du sagst, du hast keinen Platz in deiner Wohnung, meine Wohnung ist 40 Quadratmeter groß, ich habe Platz für ein Gym, eine Kundin von mir hat eine Einzimmerwohnung, Einzimmerwohnung und sie hat Platz für ihr Training. Wenn du Platz finden willst, wirst du Platz finden für dein Gym zu Hause. Ja, da stellt sich halt dann wieder die Frage, wie sehr willst du es? Ja, weil ich auch Tim Larry zum Beispiel, die den ganzen Winter durchgehend draußen trainiert hat. Die hat draußen trainiert, für Minusgraden draußen trainiert und die hat es durchzogen und die wird crazy ausschauen, wenn sie dann nächstes Jahr auf die Bühne geht. Richtig, richtig crazy. Sehr geil. Ist auch, glaube ich, jetzt so ein cooler Abschluss für die Episode, so ein bisschen ein Pep-Talk für die Leute, die vielleicht noch überlegt haben, soll ich mir noch was kaufen, soll ich mir nichts mehr kaufen? Do it. Ja. Definitiv. Wenn du willst, dann mach es. Go for it. Es macht sich echt bezahlt. Wie gesagt, wir haben auch jetzt noch investiert und das Zeug kommt jetzt Mitte April, also von dem her macht sich bezahlt. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, wir sind eigentlich eh schon wieder ganz, ganz, wir sind zeitlich heute mal gut im Rahmen. Heute sind wir mal nicht ewig lang geworden. Das ist sehr, sehr geil. Das heißt, as always, wenn euch da draußen diese Episode gefallen hat, dann macht jetzt wieder einen Screenshot. Haut zu neuer Instagram-Story und markiert es für Petra Anderlein Präti, dass ich es rausbringe und Melda Limuth, ihr wisst Bescheid und ja, as always, wünschen wir euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, Mahlzeit. Mahlzeit, genau, Mahlzeit, weil ich heute mal jetzt wieder essen. Das ist schön. Die Melli teilt meine Freude nicht. Nicht wirklich. Genau, ja, und frohe Ostern, happy Lockdown und ja, viel Spaß beim Trainieren in eurem Home-Team. Geht's Gas und bis bald.